hallo und wir kommen zurück hier bei seven days to die da ist der onkel was in der hand so liebe freunde wir sind bei tag 6 wir sind bei tag 6 19 und zwar würde ich sagen wir werden jetzt hier einfach was was jetzt hier ich lasse über das jetzt einfach mal was hast du denn vor was brauchst du den holz für die spikes oder was brauchst du denn ja im prinzip brauchen wir alles wenn du so willst weil wir haben noch einen tag zeit das ist schon bald ein bisschen sinne ich weiß nicht immer mit steinen irgendwas anfangen können irgendwelche waffen oder so ich weiß es nicht vielleicht eventuell ich weiß ich bin gerade überfragt was habe ich denn überhaupt an waffen was haben wir denn im prinzip haben wir nichts an waffen wenn man so sehen ich habe eine pistole ja gut auch genug patronen genau 13 schuss wird nicht reichen okay also das heißt erstmal holz sammeln holz sammeln steine sammeln und zeug dass wir das wird feide basteln können machst du holz durch steine machen oder wie wir sollen dass die axt erreicht ich hoffe das fällt schon der erste baum ich habe ihn genau gehört ich hoffe dass das spiel laut genug ist ja das spiel ist ja hat ja sowieso nicht viele sounds ja aber das was ist kann ja kommen ja ist richtig jetzt ist die axt kaputt so ist wahrscheinlich sowas auf meinen hörern auf meinen kopfhörern das nehme ich so ein kleines bisschen wichtiger als im gräse die ganze zeit zu haben Corinthians Axt 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 und sind unter ich found und wir werden jetzt natürlich in dem part noch nicht darüber reden was in 234 sein wird es mach man dann Lass uns überraschen, überrechen, wir werden es früher noch ankündigen, denn wir haben was vor. Wir haben noch Holzstachel, ganz viele Holzstachel. Ja, mach noch Holzstachel. Ich sag halt, du tust dich jetzt mal ganz kurz um den Eintag noch um die Verteidigung kümmern. Ja, anders geht es halt auch gerade nicht, weil wir haben ja nichts. Die haben, haben die gepatcht? Kam ein Patch? Nö. Weil irgendwie geht mir das jetzt irgendwie besser von der Hand. Nö, ich bauen kein Patch. Nein, das leckt immer noch. Einmal außenrum, würde ich sagen, ne? Außer bei der Tür. An der Tür wäre nicht so vorteilhaft. Ich schaue Blut an und stacheln dran. Stimmt von mir. Gibt es denn irgendwelche coolen News, die du so an uns mitteilen kannst, die sehr interessant sind, wo man drüber reden könnte vielleicht? Hast du irgendwas im Hinterkopf? Äh, ja, Rise of the Tomb Raider kommt für PS4. Wann? Und es kommt sogar eine, eine 20 Anniversary Tomb Raider Edition, wo sämtliche Tomb Raider Teile enthalten sind. Aha. Äh, ich muss... Für die neuen Konsolen. Äh, dann... Für PS4 dann auch Tomb Raider 1 sowas? Ja, ja. Aber nochmal Remastered oder sowas? Ob das jetzt wirklich remastered ist, kann ich mir sehr schlecht vorstellen, ganz ehrlich. Also, ich muss sagen, ich habe aufgehört Tomb Raider zu zeigen, weil es wurde mir bläh. Äh... Ich fand's cool. Ich weiß nicht. Mir gefällt das neue Tomb Raider. Gefällt mir besser als die alten. Die alten, das waren mir so... Das ist richtig. Das ist richtig. Aber... Bei den alten, das war mir halt so... Dieses... Dieser Zeitdruck allein schon bei diesen ganzen Fallen und Türen und... Hast du nicht gesehen? Das hat mir halt nicht gefallen. Bin ich ganz ehrlich. Die oben haben wir uns hören, die hier. So, also ich habe außen... Ich glaube nicht, dass es reicht mir. Ich mach mal lieber zwei rein, oder? Du machst deine Spikes, ich kümmere mich um Pfeile. Brauchst du Holz, ne? Ne. Holz und Steine, aber Steine kann ich alles sammeln. Alles kein Ding. Aufpassen, dass du hier nicht in die Spikes reinläufst. Aufpassen, vor allem bei der Tür, dass du wirklich gerade ausläufst. Sonst, äh... Da aufgespießt. Da üben das Zombie. Äh... Zombie, der üben. Den höre ich mir mal kurz. Wir sind Eier. Oh, freigeschlagen. Alter. Bin gelähmt. Na mal mal. Na mal mal. Brauche ich denn? Ich brauche... Stein, ne? Brauche ich Holz und Stein. Ach, das Gelenke. Hä? Nicht blöd? Ja, wie gesagt, mir hat Tomb Raider neu zu gefallen. Ich wusste auch nicht mehr, das ist langweilig, ehrlich gesagt. Es ist halt sehr Action-lastig, ja, muss man schon sagen. Also, es ist halt so ein... Ja, so ein typisches Action-Adventure, sag ich jetzt mal, ne? Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich es eben, äh, erst nach Uncharted gespielt habe, ne? Ja, ja, gut. Da wird man doch schon so ein bisschen verwöhnen, muss man sagen. Ich finde aber den Vergleich auch total Quatsch immer. Von wegen, äh, Tomb Raider und Uncharted. Klar sind zwei, äh, gleiche Titel bloß mit Mann und Frau. Das sind beides Action-Adventure. Wenn du danach gehst, kannst du hier das Action-Adventure mit vergleichen. Ja, aber die haben ja das gleiche Dings, Artefakte sammeln und so ein Scheiß. Das ist schon, kann man schon, das kann man schon vergleichen. Besser als Call of Duty und Battlefield. Jetzt auf jeden Fall, haben wir keine Steine mehr? Deswegen solltest du ja eigentlich Steine holen. Ich hab ja keine. Konnt ja nicht. Deswegen gehen wir ja Farben, kratz hier. Ich hab noch eine Steinschaufel. Wupp, 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 wupp. Äh. So, und das ist zum Beispiel auch was, was an der Server-Einstellung jetzt gerade richtig komisch ist. Was denn? Dass die Zombies rennen. Ja. Die sollten gar nicht rennen. Ich bin tot. Naja, ich will mich schon wieder in der Sorge haben. Weil normale, normale Einstellungen auf dem Server sind, nachts rennen die Zombies. Und das haben wir uns extra ausgeschalten, gerade weil wir Anfänger sind. Ja. Und das hat einfach das Spiel gesagt, das möchte es nicht mehr. Und jetzt kam ein Zombie auf mich zugerannt und hat mich getötet. Ich seh keine Zombies. War das weiter weg? Was? War das weiter weg? Oder so? Oha. Oha. Hä, was machst du denn? Hä? Was denn? Hä? Hä? Du lagst. Du bist bei mir, äh, geschlittert. Aufm Boden liegend. Wolltest du aber ganz kurz sind, bitte? Hä? Ich seh dich nicht. Häää… Oh, jetzt bist du nicht durchgenommen. Hä? 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 bei mir alter ja ich muss das natürlich mein rucksack wiederholen das natürlich ich habe halt nur ein knippel du bist jetzt hinter mir oder was ist jetzt ne bist du nicht hinter mir das ist doch mein mein besicht doch wenigstens mein mein kreuz auf den gelben pfeil nach grün gelb lila orange ich sehe kein zombie also schon wieder so dunkel hier also irgendwas läuft hier gerade mächtig schief hier der zumbie will nicht sterben stirbt nicht ich hau den hier wie so ein bekloppter gibt es doch nicht Der wehrt sich doch nicht der Zombie Der explodiert der Zombie Jetzt habe ich gerade den Zombie gekillt aber konnte ihn nicht looten Hat auch irgendwie ewig gedauert bis der mal gestorben ist Vielleicht siehst du mich ja jetzt wieder Ich komme jetzt aus dem Heißreiß Ich bin explodiert mit dem blöden Zombie Alter, bist du aber sofort im Arsch und hier aus dem Heißreiß kommst Ich sag ja, musst du aufpassen Ach ja, musst du aufpassen, wenn du rausgehst Du siehst du mich jetzt? Ich stehe vor dir Ja, am Boden Du bist echt immer noch am Boden Ich weiß nicht, was da schon wieder los ist Hallo Ist der Rucksack? Einer liegt hier Auf jeden Fall ein Stein Ne, das ist dein Backpack Hier Ich kann nicht Ich kann nicht Ah, jetzt Aber das ist nur einer Ja, da war auch nicht viel drinnen Wahrlich gesehen Anderer Muss ja auch irgendwo in unmittelbarer Nähe sein Oder? Ist richtig Hier? Hier? Oder? Ne, ist ein Stein Ich weiß nicht, was ein Stein ist und was ein Backpack ist Hier ist das Stein, der nicht zuhackt Ah, ich hab ihn Hallo? 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 Ähm Jetzt? Ja Irgendwas haut hier grad überhaupt immer wieder nicht hin Nee, überhaupt nicht Und kriegst am Boden rum Ich hab auch schon wieder vergessen, wie man alles baut Ich hab schon wieder alles vergessen Hm So 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 Wie baut man jetzt Ähm Ein Dings Aha So ein 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 Hack-Ting da Ne Eisenspitzhacke oder sowas Du gehst Ähm Du gehst in dein Menü und gehst um auf Ja ist mir klar, aber was brauch ich Ähm Was du brauchst Steh doch da Du brauchst Du brauchst Du brauchst Du brauchst Du brauchst einen kleinen Stein, zwei Stück Pflanzenfaser, zwei Stück und Holz Zwei Stück Einmal Steinachs Da ist sie ja Ich hab's gewonnen Kleinen Stein Ja, hab ich ja Ich hab's kleine Steine gesammelt Holz Hab ich auch Man, ich fehlen mir die Pflanzenfaser mal wieder Sind ja praktisch nur die alten Grashalme Oh, das ist hier komplett im Eimer Ja Liebe Freunde Ich hab's aber aus Versehen geballt Ich hab's aber aus Versehen geballt Aus Versehen baue ich nix Ja, das draufkloppen das ist halt Ähm, ja Für Zuschauer ist nicht unbedingt interessant Aufm Stein zu starren Das ist richtig, deswegen wollte ich ja eigentlich ein Thema anschneiden Aber du hast ja bloß kotzt und dann hast du irgendwas ausgeregt Ja, ich wüsste jetzt nix aktuelles Ja, aber ähm Ja Mal abgesehen von Pokémon GO vielleicht Das ist ja in aller Munde Ja, finden viele Kacke, finden viele Ich find's ganz gut, muss ich sagen, Pokémon GO Ich find's ganz lustig Und mir gefällt Aber ich find's halt dieses Das sich alle draufstürzen, die ganzen, äh, ganzen Medien Also irgendwie jede zweite News hat irgendwie Pokémon GO zu tun und das geht mir tierisch auf den Sack Das ist richtig, aber Aber? Obwohl, was gibt's da eigentlich von Aber? Na, es nervt halt Dass du irgendwie überall nur noch Pokémon GO siehst von wegen Oh, Pokémon GO Tipps, die Anfänger Tipps und Anfänger Guides und hast du nicht gesehen Weiß, als ob wir alle zu blöd wären, ein Spiel zu spielen, so nach dem Motto Es gibt ja viele, die es eben nicht wissen, was das ist und wie das geht und Ja, dann spiel ich's nicht Na, warum denn nicht, weil da irgendwann immer mal irgendwer an was, äh, was anfangen oder so Stell dir mal vor, äh, 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 ich hätte damals gesagt, wenn ich mein, wo ich mein erstes Videospiel gespielt hab, oh, ich kann's nicht, ich lass es bleiben Oder, ich kenn's nicht und lass es bleiben Warum, lass ich mir das nicht erklären und lass ich's lieber So, werdet euch jetzt nie hier sitzen Nein, ich mein doch diese ganzen Guides und, und Blasöds, das geht mir halt auf den Sack Oder irgendwelche kuriosen News über Pokémon GO und Schieß mich tot Aber ich find's halt echt cool, äh, dass du erstens mal rausgehst und dass du, also dass du rausgehen musst Ja, aber da ist schon viel passiert, ne? Ja, das ist, obwohl ich ganz ehrlich gesagt nicht verstehen kann, weil Pokémon GO rennst du ja eigentlich die ganze Zeit mit einer Landkarte rum Ja, und wenn ich sehe, da ist ne Kreuzung Wenn ich, wenn ich weiß, da ist ne Kreuzung Guck ich, ob da ne Ampel ist oder ob da ein Auto kommt Oder weiß der Geierwald, ne? Ja, natürlich Es ist Menschenverstand, es ist einfach, ganz normaler Menschenverstand Aber, ähm, Nintendo oder Nitrado, von wem ist denn das, keine Ahnung, ist ja nicht offiziell von Nintendo Irgendwas mitnehmen, ja Ja, ja, ähm, die waren halt auch so blöd und, äh, Pokestops mitten auf der Autobahn hin zu pflanzen, ne? Naja Und, da gab's wirklich welche, die über die Autobahn gerannt sind, ne? Schön, also Ja, nicht so toll Ach, weißt du, was wir noch bei Federn brauchen? Na eben, das fällt mir grad ein Wir müssen Nester durchspielen, wir brauchen Federn Äh, bei Pfeilen Ah, für die Pfeile, ne? Ja, ja, für hinten Eben Und, sonst fliegt der Pfeil nicht, sondern fliegt drei Meter und dann war's das für den Pfeil Ich überleg schon die ganze Zeit, warum ich keine Pfeile zusammenbekomme, jetzt weiß ich's Ja, wir hatten doch Federn Ja, so ein paar Viele waren's jetzt nicht unbedingt, ja, stimmt allerdings Ich werde mir jetzt mal hier Federn Dann geh ich auf Hups Kannste nicht mal eben so Ach, ich such jetzt Federn Jetzt find ich welche Ne, du musst halt Nester Suchen, ne? Ja Oh, der Stein ist gleich weg, der Große Glaubst du echt so ein großer Stein? Ja, der Große Ja, der Große Ja, der Große Ja, der Große Guck in der Hand Guck auf den Fußboden Nicht rechts und links Da können Zombies kommen und such die scheiß Nester Ich voll Idiot Aber Nintendo hat ja durch das Spiel, ähm, ihre Aktien sind ja übelst hoch gestiegen, hab ich gesehen Bei Nintendo nicht Alter Nur durch Nur durch Nur durch Pokemon Go Ja, aber das heißt ja nicht Nintendo, sondern in Wie hieß du dir das Chefs für einmal? Ja, das ist der Entwickler, aber, ähm, die Lizenz hat ja immer noch Nintendo, ne? Deswegen Ist ja nur der Entwickler, der das macht Und Nintendo Ja, vermarktet den Scheiß, so gesehen Also als Publisher in dem Fall Ja, aber viele werden jetzt vielleicht auch zu meinem Argument sagen Geh, da kommst du mal raus, blablabla Ja, dass sie sagen Ne, du denkst hin die Wege und gehst so raus Ja, ist schon klar Das verstehe ich auch wieder, die Meinung Ja, aber dann Ist man halt mal in der frischen Luft Ich muss ja dazu sagen, wir reden ja jetzt von uns zockern, weißt du? Eben, das wollte ich auch gerade sagen Wir als Zocker sind nun mal die ganzen Tage in der Bude, ja Klingt doof, ist aber so Und so hast du mal ein Spiel, wo du rausgehst in die frische Luft Ja Früher ist man zum Pokémon-Spielen nach Hause gegangen Heute geht man zum Pokémon-Spielen raus Das ist genau das Gegenteil eigentlich Ich finde die Idee aber cool, muss ich sagen Ja, aber jetzt doch mal eine Reise Aber das ist halt mal wieder, ne? Ja Aber auf Dauer, denke ich mal, wird das Spiel jetzt nicht unbedingt ein Brenner Ein Brüller Weil, ähm Was machst du? Du, du, du sammelst Pokémon ein Und nimmst die Arenen ein Mehr machst du ja im Prinzip nicht Ne? Noch nicht Ja, kennst du halt gegeneinander Da kommen halt immer neue Pokémons dazu Ja, ja Es sollen ja jetzt sechs Sechs neue kommen, hab ich heute gesehen Sechs neue Pokémons sollen kommen Und dann soll noch kommen, dass man, ähm Pokémons mit Freunden, äh, tauschen kann Beziehungsweise teilen kann Und das ist zum Beispiel interessant Weil, wie gesagt, ich tue jetzt ja auch so bissl nebenbei Ich tue jetzt ja hier intensiv Oder sozusagen, wenn ich mal irgendwo anders bin Schalte ich mal an und so Äh, und ich hab jetzt diesen Taupsi Dreimal Und es wäre schön, wenn ich den tauschen könnte Dreimal? Den hab ich schon mindestens hundertmal Ne, du musst die, du musst die, äh, verschicken An den Professor Dann kriegst du Taupsi-Punkte Und mit diesen Taupsi-Punkten kannst du den dann verbessern Aufwerten Wenn du genug hast So hab ich das gemacht, aber ich hab so viele Punkte Uah, keine Ahnung Ich kann die gar nicht ausgeben, deswegen, also ich könnte mir ja keine Ahnung Ich glaub, 20 Taupsis oder so aufwerten, wenn ich wollte Aber, bringt mir ja auch nix Hab ich den fünf, sechsmal und dann, ja, ne? Ich weiß grad irgendwie nicht Ich weiß grad irgendwie nicht, ob ich das jetzt grad richtig mache Ich bin hier grade nur am Feldschlensern Und such die Und ich such die, na das gute sieben Ohr Hören die Zombies auf zu rennen Soweit hab ich mich schon informiert Informiert Auf jeden Fall wird's draußen hell jetzt Langsam Ja, ich such hier immer noch Einfach nur Ah, da Nester Also, ist von Ich hoffe, der Felsen ist gleich mal weg hier Ich glaub, das ist der Äh, bei mir zumindest der Auf Felsen Stein hau Platt Stein auf Stein Ich bin halt nur die ganze Zeit auf den riesen Felsen hier am Tropf kloppen, aber was soll ich machen, ne? Ich glaub du brauchst das sogar, ne? Ja Ja Du Weiß Felsen rumkloppen? Nein Da hin Oh, Zombie Und da Loch nach So, langsam hab ich keine mehr Oh, meine Fähigkeit ist erst levels wie Äh, 27 Irgendwas Ich hab nie mitgelesen Sind hier kaputt, ich klopp hier drauf und das geht nicht runter, sind hier kaputt Ah, hier Hier geht's runter, ganz komisch Ja, liebe Freunde, wir sind eigentlich schon wieder mit der Zeit rum, aber ich möchte jetzt wieder... Ja, ich wollte's auch grad sagen Aber ich weiß nicht, ob es so gut ist, hier einfach stehen zu bleiben Aber ich glaub hier ist grad nichts, wir machen mal jetzt hier aus, es kommt kurz ein Moment, Achtung! So, vorbei Hä? Was? Ja, draußen auf der Straße, ich hab doch... Ich hab doch Fenster auf, es ist doch scheiße warm, Mann Ja, bei mir auch Achso, hab ich nicht gehört Ja, das haben die Zuschauer gehört Ja, bei dir, bei mir nicht Nee Weil TeamSpeak und so Okay, liebe Freunde Dann würd ich sagen, machen wir den Part zu Ende, lieber Kratzi Gut, ich bin, ich hab den Filsen fast komplett weg Du bist irgendwo in der Wallachai, ausgestorben oder so Und wir machen jetzt Pause und hören uns im... Nächsten Part? Im nächsten Part, genau In diesem Sinne, tschudeloo Tschüss Kratzi Kratzi Kratzi